Achso, bei der Xbox selber nicht im Spiel, oder? Nein, im Freunde-Screen. Wenn du jetzt auf Freunde drückst, gehst du da oben unter Punkt Xbox Live Party. Da sollte das umstellen gehen. Oder auf Optionen, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Da, ich guck mal selbst. Nee, auf Optionen nicht. Sitzung ist voll, Sitzung ist voll. Wieso? Wofür kann ich den einladen? Das ist ein Bug. Da drücken sie A für weitere Optionen, so nö. Hey, Biker, Basti, Servus. Grüß dich. Also, ich kann auch einladen von Abonnenten. Weil bei manchen geht's nicht, wegen dem Bug. Ach, deswegen haben die ganzen Streamer immer so rumgemacht, weil da vorne ist Lüchter. Was machen die die ganze Zeit? Ja, ja, ja. Ich dachte mal, ich hab's nicht gecheckt, was die gemacht haben. Machst du dann Lobby auf, dann sollen wir nach? Oder... Ja, aber ich hab den Adnet, warte ich äh... Ich bräuchte einfach einen mit einem offenen Nattypen, dann kann jeder nachschauen. Ja, okay, gut. Dann mach ich ne Lobby und dann durch. Ich schau's mir dann nachher in Galaxy. Oder ich lad die ein. Ja, das machen wir schon, Kentaro. Krieg mal hin und Tony. Immer mit der Ruhe. Dauert noch ein paar Sekunden. Ich glaub, ich geh mal kurz pinkeln in der Zeit. Mach dir mal, ich geh mal kurz pinkeln. Ah, ja, ja, schon wieder aufs Klo. Wie, ich war jetzt drei Stunden nicht am Klo. Drei Stunden? Was für Zeit. Wow. Wenn ich nachts pennen will, dann muss ich... Ich hab dich schon mal ein, ne? War ich jede Stunde auf dem Geschirr, ich bin ein alter Mann. Äh, Xbox. Mächer-MJR-D-A-S-H. Schreib das, Mächer. Von mir sollen sich alle hin. Ja, warte. Schreib hier auf Raid-Jungle. Hab ich. Ja, ich hab dich gefunden. Gut. Lass dich eingeben. Müsste dann gleich was kommen. Ja, bis jetzt noch nicht... Also bei mir stand, wo das hinzugefügt. Hab halt keine Request bekommen, deswegen wundert mich das ein bisschen. Ich hab dich mal gernet. Von denen, der grad online ist keiner. Ich... Wie heißt du? Dann kann ich grad vielleicht über... Gags sehen, wen... Ob du... Hat er dich grad eben erst geändert, oder bist du schon länger an seiner Friendlist? Schlimm. Schlimm. Wie sind die Leute eigentlich auf den Chat, Alter? Wenn da zwei Leute nicht reinkommen... Da wird der drüben. Da wird der drüben. Da wird der drüben. Wird der auch nicht mehr reinkommen. Ich hab keine Request bekommen bis jetzt. Immer noch nicht. Ne. Guck mal nach. Guck mal nach. Guck mal nach. Ne. Ich hab ja... Das heißt ja über die Xbox. Ich hab ja über die Xbox keine Einladung bekommen. Hey. Extras. Grüß dich. Achso. Und habt ihr alles gemanagt? Können wir... Hau mal los! Wir haben... Wir haben schon nicht geändert bekommen. Ja, hey. Ja, aber... Du kannst bei mir nicht joinen, weil man NUT nicht offen ist, oder wie? NUT ist auf Mittel. Und wenn du auf offen ist, geht's. Mittel nur nicht. Und wo sieht man das? Unten links in der Eck mit dem NUT-Typ. Also ich hab dich hier bei den Freunden listet. Du musst mich auch mal hin. Ja, schau mal deinen Namen bitte. Unten links naht mittel. Na, warte ich schreib mal. Und das... Okay. Hatte ich auch mal bei der Playstation eingestellt. Auch mal bei... Ich konnte The Last of Us nicht online zocken. Ohne auf... Ja, man kann das ändern. Ja. Komm einfach bei mir in der Party. Ich hab dich eingeladen. Also ich hab ne 518. Mx 518 von Logitech. Finde ich eigentlich sehr gut. Die Maus ist uralt, aber... Große Hände und passt dann. Ich hab auch zwar so ne Razer-komische Maus hier, die ich mir ausgeliehen hab. Aber die ist sehr klein. Tja... Die passt grad nur so halb in meine Hand hier. Also bei Adnet geht's nicht. Dass du einleitern so ne... So ne Klaue hat. Ach scheiß, hab ich die Freunde gerückt jetzt. Ja bei mir nicht. Letztens. Da hab ich dich als Freundin zugewünscht. Gut. Hast du Gags hast die Einladung bekommen? Eigentlich? Kann sein. Sonst möchte ich das Spiel in der Stadt. Gab das komische Doktor, wenn du wirklich nicht weg bist. Oh, jetzt will ich den Freund. Wie krieg ich dieses dumm, komische Doktor wieder weg. Ich hab aus dem Sinn X gedrückt. Wegen Mithilfe. Äh, auf die Xbox zu drücken, dann kannst du in dieses rechte Fenster da rein und dann geht. Oder du rutschreifend, äh, B. Ach, wer sieht die Störung. Wie mit Böhm ist es da auch rauskommen. Okay, passt hab ich's. Also, wie wird denn alles noch mitzocken jetzt? Und wo sehe ich das sonst, dass du mich eingeladen hast? Ja, kann ich mich jetzt einladen. Du wirst ja beide haben auf der Freundesliste. Auf abdocken geht auch, glaub ich. Ja, ich hab's schon gemacht. Einfach vor allem das Fenster extra geschlossen. Ist der Party bei, geht's nicht? Geht bei mir. Aber ich seh dich nicht. Seid die Party bei dir jetzt in meine Party oder was? Ne, ich hab nicht mal einen Anruf bekommen. Ich kann den nicht angenommen haben. Ah, hier hab ich's okay, pass. Ja, warte, ich tu jetzt mal. Spiel schließen. Ich hab jetzt auch mal Konziden beschlossen. Wir können diesen Nutt-Typ ändern. Jetzt musst du auf dein 40% auf den Routen machen. Boah, ja. Und ich starte noch mal das Spiel, weil dann scheint, komm ich, kann ich andere nicht annehmen. Ja, also wer spielen will, schreib's in den Chats, dann laden wir euch, oder ihr schreibt uns an. Na, da sind wir, wir sind jetzt. So starten, wir spielen nicht von alleine, nicht den anderen und anderen. Ich bin nicht mit. Starten, normalerweise musst du das Spiel automatisch starten. Ja, war da noch ein anderer drin vorhin. Also, ich klade dich nochmal ein. Kevin, hauptisch angenommen. Äh, was denn? im Chat Adnet hatte ich angenommen Die ist doch hier mit uns Oder wie ist diese Adnet? Heißt genauso im Xbox Hä, wie ist diese Adnet, Alter? Adnet ist nicht hier im Raid-Code Nee, ist nicht im Raid-Code, aber heißt auch so im Xbox Live Ich lade die ganze Zeit ein, weißt du? Ja, passt, ja Dann bist du der andere Scheiße, Alter, ich hab die ganze Zeit den falschen eigentlich Nee, kannst du ihn einladen Habe ich schon fast gedacht, hätte ich ihn einladen bekommen und so Darum hast du mich jetzt eingeladen Scheiße, zu verleihen Das ist ja echt schlimm mit dem ganzen rumgefickt Was für ein Schmarrn Gib mir Steam Gib mir Steam, hä Wie heißt du? Mj Steam OP Seid ihr jetzt bei mir in der Party schon? Keine Ahnung Nee, ich noch nicht Ich starte Schlachter So, nee, nur und so So, für erstes Spieleinladung So Drücken sie ne Taste Ich hab dich jetzt auch jetzt aufbeien Der jetzt nicht dabei bist, ne? So, hast du euch auf Starten gedreht? So Jetzt muss ich ins Xbox Menü rein, oder? Ja, ich bin drinnen Yeah, ich bin drinnen Oh, der ist drinnen, ey Aber du bist bei mir nicht angezeigt Ich bin bei Adnet drinnen Also ich komm nicht rein hier, ich weiß nicht Ich geh ins Xbox Menü bei Benachrichtigungen, nehm auf Annehmen, oder kommt nichts? Bei Adnet 012 bin ich drinnen Der war aber auch drinnen Der war vorhin bei dir drinnen Ja, oder nicht? Jetzt hab ich schwarzen Bildschirm erst einmal Jetzt hab ich schwarzen Bildschirm erst einmal Ich sag dir mal, du soll mich auch mal ändern Ja, musst du dich jetzt schreiben Er müsste eigentlich noch Kevin hat dich angenommen, hatte er gerade eben Er meinte gerade eben, Kevin hat dich angenommen Also, müsste er gleich Das ist da Nilo oder der Boss drin, jetzt können noch zwei Paterina Das wird von Nix quatscht hier Dann Leon quatscht, das ist der Mr. Dash Ja, also Kevin Ja, also Kevin Ja, bitte, Kevin Ein Kevin Ja, also Sonix ist Kevin Ja, ich kann, der soll mich mal einladen Warte mal, vielleicht kann ich dich einladen Alter, das ist ein bisschen krass Ich brauche unbedingt eine Einladung Ja, hab ich mal eingelernt Boah, bis jetzt zocken können wir mit der Nacht, gell? Ich hab schon eingelernt Wir haben schon mit der Nacht schon vorbei, ich bin 10er 10er 12 Ja, Mann Jetzt bist du drinnen So, noch jemand hier Lust So, 4, 5 Wieso hat sie jetzt die Party für das Steht bei ihm Ja, da müssen auch alle drin Shit, die Xbox, Alter Ja, und ich hab mich immer gewundert, was die Streamer machen in diesem komischen Menü die ganze Zeit Ich dachte mir, was soll das? Halbe Stunde sind die auch gehockt und haben dumm gedrückt Sich aufgeregt Ist denn kapper Ich bin kapper Das hat den drüben geschrieben Wo ich spazne mich, die singt alles, wenn du irgendwo schreibst Wenn, wenn ihm ein Red code schreibt, ging alles, wenn ihm ein Twitch schreibt Ja, Edna, die soll mal suchen jetzt Der wäre mal gut, wenn der auch hier ist Weil er ist uns ein bisschen verzögert worden Muss er nicht unbedingt sag ich mal also hauptsache wir können es mal loslegen und dann wenn er bock hat kommt das später halt dann nicht so schlimm hauptsache wir starten oder machen wir aber schon das herrscht auf die es mit den punkten annehmen wir ganz cool ja ich hoffe es geht eigentlich noch besser als die deathmatch ja was dir den und hat zwei minuten verzögern oder fielte stream lanes 30 etwa er hat schon er hat es zu sehen das ist ihm das muss gemacht wir haben es halt einländen können ja auf jeden Fall die Fender so leistet halt kack ist denn er müsste der Schnappmann ich hallo hallo gut ja und wie es noch mal hier Daniel 7 wer ist der und der björn mit 1 2 von denen sind nicht kreis hat er das nicht immer bestimmt immer herrschaft ja genau mehr ist die geile sache ich kann mir gegen direkt gegen klar hauptsache wir haben den kämen das ist eigentlich mit zum ach smoke ist ins Bett oder der wäre auch noch da gewesen der smoke hat vorhin auch mit gespielt hier die ganze zeit schon weiß ich jetzt nicht also also morgen bist du noch mal um 18 Uhr dann ne oder soll ich einfach auf raid channel kommen bin ich eh da also siehst du wenn ich streamen also dann müsste ich schon längst gestreamt haben ja aber mach ich höre nicht auf dann um 8 ne ich hab erst um 18 Uhr Feierabend nun höre ich um 18 Uhr 25 auch wenn du zuhause wirst achso ne ich brauche keine Ahnung für die Zukunft kannst du vielleicht mal gucken dass du die Ports offen machst bei dir oder so ja mach ich dann so leichter geht jo mach ich wenn ich jetzt weiß dass es notwendig ist mach ich das das sind einfach die einzelnen Ports oder das sind auch eine Anleitung im Internet und so ja das ist kein Problem das ist nicht unbedingt ich muss nur die Ports wissen dann kann man das gleich machen das ist kein Ding ja kannst du musst du googeln das gibt ja für jedes Spiel andere ja aber es ist nicht unbedingt die Ports aufzumachen und wenn das bei einem nicht geht dann kann der andere einladen das ist aber umständlich ja muss aber halt jemand da sein der mit offenen Ports ne ja das ist aber umständlich ja ja